liebe camping und outdoor freunde ich bin heute wieder zu besuch bei wheelhouse in hamburg bei patrick nüske und ich würde euch gerne einen falt wohnwagen vorstellen ich selbst kenne falt wohnwagen von früher noch so nach links und rechts aufklappen hier ein schlafzimmer da ein schlafzimmer großes vorzelt dauert alles seine zeit bis es einsatz bereit ist und der take off von easy caravaning den ihr hier hinter mir seht der ist ein ganz neues konzept ein zwei handgriffe ist das ding ausgeklappt man kann wunderschön von drinnen nach draußen gucken also freie rundumsicht die man natürlich auch zumachen kann mit jalousien und was auch wichtig ist erst aus abs kunststoff das heißt voll recycelfähig also es ist kein sondermüll wie wie gfk ja klar pfiffige kleine lösungen zum verstauen outdoor küche liegefläche sitzplätze schaut ihn euch doch einfach mal an und ich stelle ihn euch in dem film vor so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.